Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Bernd FettDS3 Zum ersten Mal ist der dabei Davor kannten wir uns noch nicht Wir sind heute im VW Passat unterwegs Ja, sehen Sie Davor gab es Massenschießerei Leider habe ich es nicht aufgenommen Vielleicht gibt es sie heute wieder und ich würde sagen, let's go Boah, ich muss tanken ADAC, Digger Ich fahr vor Wie viele Liter hast du? 42,7 Boah, ich geh erst mit Ich hab halt erst mit 1000 XP den TV Boss Game Pass geholt Echt? Ja, okay, ich hab ihn zugeparkt, dann kann ich weg Nee, alles gut, er hat nix Oder warte, vielleicht hat er doch was Ich weiß, Gott, ich will zerschießen Er hat was Warte, ich probier mal sein Auto wegzudrücken Ja, Junge Der hat schon platte Reifen Der ist safe bei der Bank oder so Alle An alle Wir machen eine Demo Alle eure privaten Autos Rot färben Treffpunkt ADAC Ich fand eh gleich ADAC Lass erst, lass zu Aris Junge, dieser scheiß X3 Joint auch gerne mein Discord Server Link ist in der Beschreibung Wir müssen Am Ende noch was sagen Okay Also ich sag's ja jetzt, wir müssen dich erst alle ändern Damit sie joinen können Also du hättest eher, wenn du reinmüsst und den Link in die Bio machen würdest, müsstest du erst ähm Ich schreibe auch meinen Namen rein Keine Sorry Ja, für Community und so Und du musst dann alle ADDN Und dann kannst du denen Einladungen schicken Nein, die sollen mich einfach bei Discord ADDN Ja, du musst dir annehmen Ja, du musst dir annehmen Er hat was, er hat was Oh mein Gott Oh. Mein. Gott. Nein, mein Discord haben nicht gezählt Ja, auch nicht FF Junge, es drift ist Komm in den hinten rein Ja, hab ich ihn mitgetreten, hab ich ihn mitgetreten Und nein Ja, okay Geht du auch zu reparieren, ich fahre ihn hinterher Junge, er kommt eh nicht weit Junge, er driftet hier rum Äh, da ist jemand down, aber das ist nur ein Police Officer Joint auch gerne die 1-101 Gruppe Der ist hier, der ist hier Ja, mein Auto ist stark Hat er überhaupt was? Weiß nicht Doch, der hat was Der schwarze Audi hat was Der schwarze Audi hat was Jawoll Drei Parteien Drei Parteien Sehr gut Arrestank wird auch rausgerockt Der ist da vorne Ja, der ist Der Team Der Der Team doch nicht Hat der überhaupt was? Ja Ja Was ein Witz Ich hab ihn getroffen, oh mein Gott Ey Ja Warte, du hast SDK, mach Leiter Ach, haben wir ja gleich, ne Ach, haben wir ja gleich, ne Ja Ja, der war auch da hoch, oder was Habi Alles sehr, ich hab ihn Ich hab ihn Gakt Ich glaub, ich kann mal wieder gar nicht, dass man XP plus macht polizeiwache weißt du wer das sein könnte nein beim adhc fahr mal kurz adhc weil hier gibt es im marschenschießerei nein ich glaube aber die der blaue e-auto ist wieder wieder polizeiwache ich fahr jetzt einfach mal zu dem der jetzt wie gehen die alle daus sind überhaupt auf dem server ich glaube ich nicht mehr auf dem server ja Ja. Ja. Ey komm 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 bei Baustellen in dieser Dealer. Bei Baustellen in dieser Dealer. Ey scheiße 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 scheiße. Ihr habt beide Basie. Sie haben beide Basie. Metall Basie. Ja. Und Waffe und Waffe. Scheiße scheiße ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Alles gut. Ja ich bin. Oh nein. Okay. Ich hab nie nichts geklatscht. Nein ich schieß mal ein Auto kaputt diese Lappen. Ja da. Da kommen. Da sind die. Ah. Der ist weg. Der ist weg. Pass auf die haben Zweifer und Basie. Oh ok. Sorry. 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 Ich hab euch nichts getan. Sorry. Nein Digga. Zwei auf einen. Die anderen Kollegen kommen nicht weil die alle down sind. Wegen irgendeiner Scheiße Digga. Nein Digga. Ja kommt überhaupt noch ein Sunny oder da liegst du am Boden. Ich hab 21 XP ich kann lieb mir wieder joinen. Ich hab 66 XP. Aber was soll die Kacke. Kommt überhaupt ein Sunny oder kommt überhaupt noch ein Sunny? Safe nicht. Warte ich guck ich trotzdem mein Handy hat und ich hol da mein zweiter kommt. Und dann kann ich mein Handy wieder anladen lassen. Ja da. Ja. So unnötig. Diese Criminals. Die haben einfach mehr A-Bot als ich. Nee ich hol mir jetzt. Ich hab halt ultra krasses Aim eigentlich fast. Ich treff eigentlich meistens auf die Kranz mit Sniper wenn ich criminal bin jeden Shoot. Und dieser Medic hielt mich nicht. Ah jetzt auf einmal doch. Lass kurz krank raus und uns vollheilen. Digga. Ja wenn man vom Teufel spricht. Da sind die wieder. Echt? Ja die sind da wieder. Moin Jungs. Oha okay sorry sorry. Oha okay. Okay nein. Nein. Ihr könnt mich nicht. Die. Bitte komm krankenlos. Die fahren weg. Die fahren weg. Die fahren Richtung weg. Die fahren weg. Nein ohne Spaß jetzt Digga. Gut als ich. Die. Die Tür war zu. Die Tür war zu. Und die konnten mich. Oh mein Gott. Die sind da wieder. Die sind da wieder. Ja pass auf. Pass auf. Nein fahr weg. Fai 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 fahr weg. Versteck dich da. Nichts da. Ja. Ich heim mich. Ich tue schon mal Versteckung anfordern. Wenn die kommen ne. Wenn die kommen. Wenn die kommen. Also theoretisch. Weißt du noch. Dieser Babo. Ja. Der schreibt mir Digga. Der ist da draußen wieder. Der ist vorm Krankenhaus. Oha. Nein. Bleib. Lass 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 lass. Hat der was? Nein. Er hat nichts mehr. Oder? Ne. Ich hab mich jetzt voll. Okay die sind nicht mehr da. Polizistik am Boden ne. Der jetzt ernst sagt oder? Ne Junge. Du musst mir helfen ne. Alle Criminals sind jetzt uns fast egal. Ist auf Loot Dark Knight. Die müssen wir holen. Wir müssen die schwarzen Auto holen. Leute. Die schwarzen Auto und den Bugatti. Wenn das Video länger geht. Tschuldigung aber wir müssen diese unbedingt holen. Gut bin voll geheilt. Ich beschütz dich. Falls die da vorne ist halt. Ja ich kann grad nicht. Ich bin grad auf Discord miteinander. Warte ich muss mal kurz auf stumm machen. Hier draußen ist nichts mehr. Draußen ist nichts mehr. Ich bin wieder da. Okay da ist keiner mehr. Egal hab ich will. Da ist jemand. Ah jetzt im Falle. Okay lass weiterfahren. Ey lass mal andere Autos holen. Ja echt jetzt. Lass, lass so krasse Autos holen. Lass mal vier. Oh ja. Aber langsam fahren. Wenn die wieder da sind wir ballern auf die. du gehst auf den einen, ich geh auf den anderen ich geh auf den mit grauen, oder geh auf den anderen ich geh auf den mit Hund ja, mit dem PSV-Kon polizeistation gut, dass ich blau licht an hab selbst sind die das, ne? und ich bin nicht mehr da Dach, 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 Dach äh, zieh auf mich, jetzt zieh auf mich ein Headshot, ein Headshot, ein Headshot mit, äh, G, mit G36 ein Headshot okay, er zeigt sich wieder ein bisschen wieder ein Headshot schuh, hab ich grad gottes, ey bleib da, bleib da, bleib da ich geh zur Tür, aber dann kann ich besser hin es geliebt echt? ja er ist geliebt deswegen versuchte Festnahme, jetzt lass Auto hey, ich hab keine versuchte Festnahme ich hab das ist Kopp der, der Sprinter ja lass die Autos holen, BMW ok ey, ich hol ein anderes, ne? ja hm welches Autos? erst vier, hol erst vier hol den erst vier da ja, aber dann hast du ein schnelles ich hab mein schnellstes ok, los geht's ja, ich hab ein junger Tor aus 155 Zeit, ne? ja schon, ich bin schon krass, ne? lass Ares ist da was? das ist der Niederländer von Luke, glaub ich eigentlich sollte eigentlich, sollte eigentlich ok, du hast gesagt, du Ares, dann fahren wir Ares, los geht's ja, aber ich muss noch tanken ja also du musst tanken ja ne, ich geh in die Stadt gucken weil ich will gucken unbedingt wo die, wo die sind ja, und da, falls du sie findest, sag mir Bescheid bei Bank sind welche mit der was? Ui komm, Zug, gib da wir freicheln dich rein ey, ey, komm zu mir, komm zu mir Ares, Ares, Ares die fahren jetzt nicht zum Tanz äh, Richtung ADAC sind die da? sind die da? ich hab den einen, ich hab den einen ich fahr dem einen Kratzer her ja, bei ADAC, bei ADAC sind die ich bin unterwegs ich probier den abzulenken ich probier den abzulenken schieß sie ab geh raus und schieß sie ab geh raus und schieß sie ab ey, scheiße, scheiße, scheiße komm schnell, komm schnell, komm schnell komm schnell ja, sorry, ja, ist ja gut ähm hä? wo kann der andere her? Junge ich schaff das jetzt der eine kann sich unsichtbar machen jetzt schaff ich das ja gibt's nen Kopf? da ist nen Kopf? ja ja da ist noch lecker da ist noch lecker hab den einen fast da ist ja der frei und sind gegrillet darf er so? was? ich lebe? darf er so? darf dein Vater so? boah boah, der hat mich auch down geschossen hä, woher kommen die jetzt alle, Digga? komm jetzt aus dem Netz, Neck save die auf Discord machen, ne? mhm boah, der Vater hat gesagt, einfach ich werde mich nicht nehmen darf es nicht ich bin gefickt, weil meine Schwester schläft echt, wie heißt es meine Schwester? drei boah wer bist du? ja so 13 14 aaa ich veränder's du diesen ADAC noch, diesen ADAC noch schnell schücheln ja, ne da kommt gleich wieder Police-Docker so's da bla 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 ist down ich hab, ist am Boden weißt du was ich mach? Die sehen mich nicht, ne? Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Wo sind die? Geht einer fährt weg. Die fahren weg. Die fahren weg. Sofort hinterher. Sofort hinterher. Sofort hinterher. Die fahren Richtung Osso. Die fahren Richtung Osso. Na ja, wenn wir in Richtung... Ja. Ey, das ist der eine erst. Der eine ist down. Der eine ist down. Stark. Ich fahr dem anderen hinterher. Jetzt bitte. Jetzt fahr doch mit deinem VW Passat, Mann. Ich geh zu dem anderen. Irgendwie so viele auf den eigenen Geiern. Ja, geh. Und ich soll aufpassen, dass sie nicht umgeschnitzelt werden. Von dem anderen. Ey, der andere ist bei mir. Der andere ist hier. Der andere ist hier. Echt? Wo sind die? Ey, die sind ja hier. Ah, der hat Angst. Nein, ich bleib da. Ich bleib da. Weißt du, wie der kommt, weißt du? Ey, was fährt die mich heute alle um? Egal, fahr ihr mit der Herr. Ich bleib hier. Ich gucke da an. Ich hab keinen Sprit mehr. Ist... Ist der... Ist der andere... Ist der andere, äh, festgekommen worden? Die sind alle in einem Auto. Die sind alle in einem Auto. Gut, ich bleib hier. Okay, bei hochladen sind sie schon mal nett. Hochladen. Da, da, da vorne. Wo, 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 wo? Hab ihn gleich down, hab ihn gleich down. ADAC, ADAC. Komm, ich probier's mit meinen 7,5 Liter im Tank. Ey, der hat Angst, ne? Der hat Angst, der hat Angst. Sind die beide? Nein, einer. Der hat vorhin Angst, ne? Gegen mich können die nicht, gegen mich können die nicht. Er fährt Richtung Ossow, Richtung Ossow. Ich seh, ich seh, ich seh. Der wollte mich abschließen, Digga. Ich hab ihn einmal gehätet. Ich bin bei ihm. Ossow, er ist jetzt bei Ossow, er ist jetzt bei Ossow. Ist gut. Ossow wird ausgeraubt. Lass den, du musst dem hinterherfahren. Der ist hochkriminell. Die macht mich sack, diese Keks. War schon 19 Minuten. Mach mit zu 25, 30 Minuten. Weil ich will die unbedingt bekommen. Ja, der hat mich sackgemacht. Und jetzt ist der eine weg. Oh, vielleicht kommt er wieder ADAC. Weil ich hab mich dann auf seinen Wagen drauf geschossen. Du hast gesagt, die sind alle im Auto. Ja, wir haben uns wieder getrennt. Wir haben uns wieder getrennt. Ich hör Schülste beim ADAC. Ja, ich dachte, dass das bei dir ist. Wer ist das wohl? Das bin ich. Du. Normal. Ich dachte, ich kann den sein reichen. Ein schwarzer LaFerrari. Ein schwarzer LaFerrari. Gut, dass Sanitäter bei mir ist, ne? Sanitäter ist einfach bei mir. Ich seh ein orangener R4 wegfahren. Komm, die haben Angst. Deswegen kommen die nicht mehr. Irgendwann LaFerrari fährt vor mir. Er bremst mich aus. Wo ist der? Wo ist der? Ja, der hat aber nichts. Ich hab ihn getasert, aber er hat nichts. Ich bleib jetzt da. Da bist du. Du bist nochmal ADAC, oder? Ja. Ja, da bist du. Was ist denn? Was ist das denn hier? Oh, was? Da ist ein schwarzer LaFerrari. Ja, der hat aber nichts. Er hat aber nichts. Ich hab mich ja getasert und hab ihn als PC gemacht. Ich tu mein Auto rüber. Die Lotto ist fast kaputt. Guck mal. Der schwarze. Der Ding. Die denken alle. Alle Kriminelle, die denken, die wären so krass, ne? Und würden uns umbringen. Sieht man ja. Ich bin einmal down gegangen. Wir sind zweimal down gegangen. Dreimal sogar. Der Bugatti hat auch was. Der Bugatti hat auch was. Ja, das ist Lou. Das ist Lou. Die ist reißegal. Die hat mich grad angerufen. Die ist egal. Die hat dich angerufen? Aber wenn du eine... Ja, ich hab ihre Nummer. Ey, sag mal. Die soll sich festnehmen lassen. Ja, ich hab meine Stäckchen. Das ist ehrenlos. Nein. Warte kurz. Der hat nichts. Dieser Air 6. Der Air 4 hat nichts zu. Wie viel Munition hat deine G36 noch? Leute, ich muss gleich essen. Gleich wird das Video Ende sein. Da, da, da. Ne, jetzt. Bugatti, Bugatti. Den schieß ich jetzt ab. Der Part 2 kommt auch gleich. Wo sind die? Wo könnten die sein? Okay, lasst es neben Auto stellen. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alles gerne liken und ein Abo da, dafür würdet ihr mich riesig unterstützen. Und kommt gerne in meine Discord-Gruppe und addet mich. Alles in Videobeschreibung. Ich würde sagen, tschüss, tschüss. Sagen Sie auch mal auf. Danke auch, tschüss. Tschüss. Gleich ein Abo da. Richtig gehört. Like ein Abo da lassen und tschüss.